Hallo, wie geht es dir? Danke, ganz gut. Das ist deine Antwort, die keinem weh tut. Hallo, wie geht es dir? Danke, nicht schlecht. Na dann, auf Wiedersehen. Ja, so ist es recht. Immer wieder diese Fragen. Was soll ich denn dazu sagen? Willst du das auch wirklich hören? Nein, das wird dich nur verstören. Hallo, wie geht es dir? Ich kenne das schon. Passt sie denn wirklich, die Situation? Hallo, wie geht es dir? Hast du wirklich Zeit? Und nicht zuletzt bin ich grad bereit. Kann ich es denn einfach wagen? Und geschwind die Wahrheit sagen? Einfach so hier und auf der Stelle? Nein, das geht nicht auf die Schnelle. Ich freu mich über dein Interesse. Doch ich frage mich schon. Willst du wirklich eine Antwort? Oder nur Konversation? Bla, 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 bla. Hallo, wie geht es dir? Danke, ziemlich schlecht. Kann ich dir das zumuten? Ist dir das recht? Hallo, wie geht es dir? Doch wenn alles stimmt und du ein Mensch bist, der sich Zeit für mich nimmt, Dann sehe ich Betroffenheit Macht sich langsam in der Breit Konfrontiert mit solchen Dingen Dich mühevoll nach Worten ringen Doch auch ohne viel zu sagen Hilfst du mir, mein Los zu tragen Für den Moment wird es weniger hart Dank deiner Gegenwart Hallo, wie geht es dir? Du bist ganz dabei So geht die Verlegenheit Rasch vorbei Hallo, wie geht es dir? Du kannst mich verstehen Hallo, wie geht es dir? Genau so kann es gehen Genau so kann es gehen sodass geht Oh mein Gott Ich bin